Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da Mario Felix Vogt. Der eine kam als 13-Jähriger durch die Fernsehauftritte von Michael Hirte zum Mundharmonikaspiel und gilt als einer der bedeutendsten Solisten auf seinem Instrument weltweit. Der andere stammt aus einer Musikerfamilie, hat ein klassisches Klavierstudio mit Auszeichnungen absolviert, tummelt sich jedoch auch gerne in jazzigen Gefilden. Seit 2017 bilden die beiden ein Duo. Und ich freue mich sehr, dass die beiden heute ins Rondo-Studio gefunden haben und begrüße ganz herzlich Konstantin Reinfeldt und Benjamin Nuss. Hallo. Hi. Ich sag, danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Mich würde erst mal interessieren, welche Rolle die Musik jeweils in euren Familien gespielt hat. Konstantin, wie ich gerade erwähnt habe, bist du über den Michael Hirte zum Mundharmoniker gekommen. Aber gab es denn sonst auch in deiner Familie viel Musik? Ich würde schon sagen, dass Musik immer eine große Rolle gespielt hat, aber es war nie so, dass jemand das professionell betrieben hat. Also alle sehr Musik interessiert. Mein Opa hat sehr viel im Chor gesungen und meine Mutter hat gerne gesungen, Klavier gespielt. Von ihr habe ich auch die ersten Klavierunterrichtsstunden zu Hause erhalten. Und mein Vater ist Musikfan, hat ganz viel Creedence Clearwater Revival gehört und so. Das ist ja schon so ein bisschen bluesy fast. Und da ist ja auch ab und zu sogar mal eine Mundharmoniker dabei. Das war mir aber damals natürlich irgendwie noch gar nicht bewusst. Das heißt, ich bin auch mit dem Klavier gestartet. Habe dann so einen kleinen Umweg mit der Klarinette noch gemacht, bevor die Mundharmoniker dann in mein Leben trat. Ah ja. War das denn dann auch eher klassisch orientiert, der Klavierunterricht erstmal in Klarinette? Oder ging das auch schon eher in so eine jazzige Richtung? Da würde ich sagen, dass es von Anfang an klassisch war. Also sowohl der Klavierunterricht als auch dann auf der Klarinette. Später dann in der Endphase beim Klarinettenspiel war es vielleicht so, dass es so ein bisschen in so eine jazzige Richtung ging. Aber mir war das gar nicht so bewusst, weil ich noch nicht wusste, was es war. Es war immer noch so, dass die Noten auf dem Pult lagen und man nach Noten gespielt hat. Und vielleicht kam dann mal so eine Improvisation vor, aber da hatte ich dann schon Mundharmonikas und dann habe ich die Soli auch darauf gespielt, statt auf der Klarinette. Ja, Benjamin, du kommst ja aus einer ausgesprochenen Musikerfamilie. Dein Vater Ludwig Nuss ist Posaunist, ein sehr bekannter Jazz-Posaunist und dein Onkel Hubert Nuss ist Jazz-Pianist. Wie war das denn bei dir eigentlich? Hast du auch erst mal klassisch begonnen mit deiner Klavierausbildung oder beides quasi ein bisschen parallel gemacht? Ich würde sagen, dass ich ganz am Anfang schon mehr Jazz gemacht habe und auch als ich zum ersten Klavierunterricht gegangen bin, da war eigentlich auch nur ausschließlich Klassik auf dem Programm, aber ich war ein bisschen ein schwieriges Kind. Ich habe irgendwie immer gemacht, was ich machen wollte und auch Jazz, improvisiert. Das ging meinem Klavierlehrer damals wirklich auch auf die Nerven. Und dann kam halt Debussy in mein Leben und dann habe ich gemerkt, ah, wow, Debussy, Klassik, aber solche jazzigen Harmonien und sowas habe ich irgendwie bis dahin noch nie gehört. Und ja, meine Eltern, auch mein Vater und mein Onkel, haben mir gesagt, ja, du musst unbedingt erst Klassik lernen. Ich wollte Jazz machen, haben die Jungen gesagt, ja, mach mal erst mal Klassik, weil das ist gut für die Basics und auch für die Technik und so. Und dann habe ich tatsächlich auch Klassik studiert, aber nebenbei immer Jazz gemacht. Das heißt also, es ging weder von deinem Vater noch von deinem Onkel aus, dass sie sagten, jetzt mach doch mal Jazz irgendwie, was willst du denn mit der Klassik? Also ganz und gar nicht. Nee, gar nicht. Also eigentlich hat es so angefangen, dass ich wirklich das Klavier berühren konnte und habe dann gemerkt, ah ja, es lässt sich nicht nur eine Taste runterdrücken, sondern irgendwie drei, vier, fünf und Harmonien. Oh, schön. Und so spielerisch habe ich eigentlich begonnen. Und meine Eltern haben auch gesagt, ich soll jetzt nicht direkt zum Klavierunterricht. Manche fangen ja auch mit drei, mit vier an. Haben gesagt, jetzt lass ihn erst mal ein bisschen so sich austoben und dann gehen wir zum Klavierunterricht. Ja, du hast ja dann ein richtig klassisches Studium absolviert in der künstlerischen Abschlussprüfung. Warst ja dann auch in einer NRW-Auswahl, glaube ich, von Nachwuchskünstlern. Hast erst das Beethoven-Konzert schon in jungen Jahren gespielt und so weiter. Dann hast du dich ja auch mal mit Computerspielmusik beschäftigt. Das war ja dein Debütalbum seinerzeit bei der Deutschen Grammophon. Das muss 2009 gewesen sein. Ja, ja. Sehr, sehr lange her, ja. So um diesen Dreh. Wie kam das da eigentlich? Warst du selber so ein Gamer irgendwie, dass dich die Musik da so gepackt hat zu der Zeit? Tatsächlich ja. Also wir hatten so einen Freundeskreis. Das war in der Klavierklasse beim Viktor Langemann damals. Und wir haben alle Klavier gespielt und haben uns immer so gegenseitig gepusht. Und wir hatten auch alle irgendwie Computerspiele als Hobby quasi. Und dann sind wir irgendwie zu einem Kollegen gegangen und haben dann irgendwie neue Computerspiele probiert und so. Und dann kam irgendwie dieses Final Fantasy-Spiel. Und das hatte einfach so unglaublich gute Musik. Dann haben wir auch untereinander irgendwie angefangen, Argen Schmors zu schreiben. Einer hat sogar dann bei Jugendmusiziert irgendwie ein Stück von Uematsu gespielt. So fing das an. Und als ich dann irgendwie das Angebot vom WDR damals bekommen habe, Videospielmusik, Final Fantasy, Kingdom Hearts zu machen, habe ich gesagt, wow, geht sowas überhaupt im Konzert? Und dann war das erste Konzert in der Philharmonie. Es war total ausverkauft. Die Leute sind komplett ausgerastet. Und ich habe gedacht, ja, irgendwie passt das doch irgendwie. Das passt auch zu dem, so wie ich aufgewachsen bin. Das ist perfekt. War das dann auch ein überdurchschnittliches, junges Publikum, was das Konzert besucht hat? Also da war keiner über 30. Das ist natürlich sensationell für einen Klavierabend. Unglaublich. Das gibt es eigentlich sonst gar nicht. Ja, das war auch mit Orchester. Und was toll war, dass diese Arrangements auch sehr klassische waren. Also man hat dann manchmal Zitate irgendwie von Stravinsky gehört oder weiß nicht, Bruckner. Also es war jetzt nicht so, dass es nur komplett irgendwie japanische Videospielmusik irgendwie elektro war, sondern es war in einen klassischen Kontext eingebunden. Konstantin, hast du dich dann auch mal mit Computerspielmusik auseinandergesetzt für eigene Improvisationen oder Kompositionen? Ja, ich glaube, die Spiele, die ich dann mal gespielt habe, das waren gar nicht so die Spiele, die so die tolle, vielleicht sogar klassisch angehauchte Musik enthalten haben. Das heißt, das hat bei mir vielleicht dann nicht so die Rolle gespielt. Aber mir ist das sehr, sehr bewusst. Und das ist ja auch der Wahnsinn, was da mittlerweile für Budgets den Spieleherstellern zur Verfügung stehen. Das ist ja zum Teil mehr als bei Filmen oder Hollywoodfilmen. Und deshalb wird die Musik ja immer stärker dort. Wie hat sich das bei dir denn ergeben mit dem Unterricht? Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, einen Mundharmonikalehrer zu finden. Also vielleicht in Berlin jetzt irgendwie könnte man sich doch vorstellen, da gibt es wahrscheinlich fünf und davon sind drei auch super. Aber in deiner Heimatregion dürfte das wahrscheinlich schwieriger gewesen sein. Total, das ist klar, dass der große Mundharmonikalehrer jetzt vielleicht nicht direkt in der eigenen Stadt lebt. Und bei mir war es dann damals so, inspiriert von dieser TV-Show, das war auch so kurz vor Weihnachten, bin ich dann einfach in den nächsten besten Musikladen gefahren, habe dort mein erstes Instrument gekauft. Das musste natürlich genau das aus dem Fernsehen sein. Und dazu das Lehrbuch, was erstmal mit dem Titel Blues Harp beschrieben wurde. Und damit habe ich dann autodidaktisch angefangen zu arbeiten. Und der nächste Step war dann erst so das Internet, dass ich online so Mundharmonikaforen gefunden habe, wo es immer noch so ein deutschsprachiges Forum gibt und ein englischsprachiges Forum. Und dort habe ich mich angemeldet. Zur gleichen Zeit war so ein bisschen so die goldene Zeit von YouTube, wo die ersten Leute dann so Tutorials hochgeladen haben. Ich meine, mittlerweile gibt es zu jedem Thema Tutorials. Aber da waren dann so die drei Top-Spieler, die damit angefangen haben. Und das war dann so eine Kombination aus dem Feedback, was ich aus dem Forum erhalten habe, auf meine Uploads auf YouTube. Und ja, das Nachspielen von anderen Clips, die ich so gefunden habe. Also erst mal komplett ohne Lehrer unterwegs gewesen. Was wahrscheinlich das Übliche ist. Das stimmt total. Viele Autodidakten. Und dann gerade, wenn man vielleicht erst mal nur so auf diesen Blues-Bereich blickt oder Evergreens, also das, wofür die Mundharmonika eigentlich so gemacht wurde. Ich meine, sie wurde noch nicht mal für den Blues gemacht, aber sie passt da sehr gut. Da ist es natürlich so, dass viele Spiele einfach so das gelernt haben, nach Gehör gespielt haben und nie einen Lehrer hatten und auch nicht nach Noten spielen. Jetzt gibt es ja verschiedene Mundharmonika-Typen. Also ich denke, grundsätzlich gibt es von der Struktur her zwei verschiedene, diatonische und chromatische. Also bei der einen hat man eben nur das Material von einer bestimmten Tonleiter, bei den anderen wirklich sämtliche Halbtöne eigentlich unseres Tonsystems. Welches Instrument hast du dann gespielt letztlich? Du hast ja erst mal mit so einer diatonischen Mundharmonika angefangen. Genau, der Einstieg war auf jeden Fall mit der diatonischen und das ist weiterhin mein Hauptinstrument. Und es ist so, dass man mittlerweile auch so diese kleine diatonische Mundharmonika vollchromatisch spielen kann über drei Oktaven. Aber du hast natürlich recht, also die zwei Hauptmelodie-Instrumente im Bereich Mundharmonika, das ist zum einen die diatonische, die man eher dann vielleicht aus dem Blues kennt und die chromatische mit dem Schieber an der Seite, die man dann bei Toots Thielemans oder bei Stevie Wonder gesehen hat, die ich dann auch ab und zu spiele, wenn das von mir gefragt wird. Aber der Sound von der diatonischen, in den habe ich mich so verliebt und um halt eben diese ganzen Halbtöne dann zu erzeugen, benötigt man unsichtbare Techniken im Mund. Man sieht natürlich so wenig. Und alle diese Techniken, um die zusätzlichen Noten zu erzeugen, die erzeugen auch so ein anderes Timbre jeweils, was zum einen einen Reiz ausmacht, was man aber vielleicht aber auch manchmal so ein bisschen runterspielen möchte. Und deshalb reise ich dann trotzdem so mit allen Tonarten durch die Gegend. Also ich habe zwölf Instrumente, die so in meiner Mappe mit dabei sind. Naja, das habe ich. Also ich habe gestern mal ein bisschen im Internet recherchiert bei einem sehr großen Online-Kaufhaus für Musik. Und da habe ich zu meiner Verwunderung eben gesehen, dass es da solche Sets gibt mit acht oder zwölf verschiedenen Instrumenten eben für jede Tonart. So wie man quasi zur Barockzeit oder vor barocken Zeit eben drei, vier Chamberlain hatte, die jeweils in der anderen Tonart gestimmt waren. Das ist ja dann ein bisschen ähnliche Entwicklung fast wie bei Naturtrompeten, dass es eben Barocktrompeter gibt, die sagen, ich will gar keine Ventiltrompete spielen, denn quasi diese zusätzlichen Töne und Halbtöne, die nur mit Lippentechnik erzeugt werden, haben eben einen anderen Sound, als wenn bei einer modernen Ventiltrompete sozusagen dann alles gleich klingt. Total, da gibt es ja natürlich auch so im Bereich der Stimmungen so Entwicklungen, weil gerade dann so im Blues damals war es so, dass die vielen Instrumente einfach just intonation gestimmt waren, also dass die Akkorde irgendwie super klingen und man einfach in der Tonart spielen kann, in der die Akkorde auf der Monharmonika zur Verfügung stehen. Aber mittlerweile dadurch, dass sich diese Techniken so etabliert haben für das chromatische Spiel, sind es natürlich Instrumente, die eher so kompromissgestimmt sind oder halt modemperiert wie ein Klavier einfach. Wie ist denn das, gibt es dann jetzt auch so verschiedene Schulen, was den Einsatz von Vibrato oder sowas angeht? Gibt es also dann, was weiß ich, die New Orleans Harmonika Schule und eher, was weiß ich, das europäische oder mitteleuropäische Harmonikaspiel oder so, kann man da irgendwie so Kategorien bilden? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht bei der Monharmonika. Also das ist das Schöne, es gibt fast keine Regeln erstmal, wie man das Instrument zu spielen hat. Ich weiß nicht, ich habe ja Klarinette so ein bisschen gespielt und dann gibt es ja bei vielen Instrumenten einfach so Standardwerke, wo man sagt, okay, das solltest du dir vielleicht mal angeschaut haben. Gibt es bei der Monharmonika nicht. Und deshalb, gerade das ist natürlich irgendwie so besonders. Und wenn es sowas gibt, dann vielleicht eher auf der chromatischen, wo es dann doch so ein, zwei wichtige Spieler in der Klassik gab, zum Beispiel Larry Adler oder so, das sind dann schon irgendwie Spielweisen, die man dann studiert auf dem Instrument. Also es gibt schon auch klassische Mundharmonikaspieler, die wirklich also das Repertoire der europäischen Klassik auf ihrem Instrument spielen. Aber total, ja. Wir haben das beide gemeinsam immer wieder jetzt erlebt und waren im Sommer wieder in Südkorea. Da in Asien finden die größten Mundharmonika-Festivals statt. Aha. Und da bin ich seit zehn Jahren dann so fast ehrlich zu Besuch. Und da gibt es dann alle Arten von Mundharmonikas und Mundharmonika-Quartetts und Mundharmonika-Orchester. Und gerade in Asien wird natürlich super viel Klassik gespielt und dann auch arrangiert für diese Mundharmonika-Besetzung. Das ist völlig verrückt. Also die Szene dort ist sehr viel größer und sehr viel jünger als hier. Das ist ja interessant. Also davon höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Das ist wahrscheinlich auch so, dass das bisher noch gar nicht nach Europa rübergeschwappt ist. Total. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängen könnte, dass der direkte Vorfahre der Mundharmonika ja eigentlich so eine asiatische Mundorgel ist. Also so eine Scheng zum Beispiel. Ach so, ja, genau. Und ich habe gehört, dass es vielleicht in den Schulen auch so ein bisschen unterrichtet wird. Ein bisschen als Blockflöten-Alternative. Du hattest das vorhin schon angedeutet. Also du kannst quasi mit Mundtechnik die fehlenden Halbtöne produzieren. Aber gibt es auch die Möglichkeit, in höhere Oktavlagen dann zu überblasen? Also bei den diatonischen Instrumenten hat man zehn Löcher zur Verfügung und drei volle Oktaven. Aber dann noch höher als die Löcher, die da sind, geht es natürlich nicht. Aber man hat dann doch sogar zum Teil mehrere Möglichkeiten, eine und dieselbe Tonhöhe zu spielen. Also drei Oktaven ist ja wirklich auch schon sehr ordentlich. Aber das ist ja auch jenseits der Einsteiger-Blues-Harb sozusagen. Das ist schon ganz gut. Wenn man so ein Geh-Instrument spielt, dann hat man so einen ähnlichen Ambitus wie den von der Querflöte. Und das ist dann auch das, wo wir schauen oder wo wir eingestiegen sind mit klassischen Werken, dass wir da Bearbeitung spielen. Zum Beispiel Flötensonaten von Bach. Das war so einer der ersten Stücke, die wir dann gemeinsam gespielt haben in der Richtung. Auf einem Debütalbum ist ja so einiges auch an klassischen Werken eingespielt. Benjamin, wie haben denn so Veranstalter darauf reagiert, wenn ihr sagtet, ja, wir sind ein Duo und wir spielen Bach auf Mundharmonika plus Klavier? Ja, ich glaube, die meisten können das erst gar nicht einschätzen, weil das Klavier ist ja so ein riesiges Instrument und die Harmonika ist ja fast unsichtbar quasi. Und ja, die können sich das einfach auch lautstärketechnisch gar nicht vorstellen. Wir spielen natürlich immer mit Verstärkung. Konstantin braucht ein Mikrofon und natürlich einen Lautsprecher. Und dann aber, wenn wir loslegen und das Konzert ist vorbei, sind meistens alle begeistert, auch über die Möglichkeiten. Also erst mal über unser Repertoire, weil es geht halt von der Klassik über Jazz bis hin zu Piazzolla oder brasilianischen Choros. Aber dann auch natürlich über die Möglichkeiten, was einfach auf der Harmonika einfach möglich ist. Das ist einfach unglaublich. Ich muss auch gestehen, also als er angerufen hat und gesagt hat, er möchte Klassik spielen auf der Mundharmonika, es kam eine Mail und ich habe gesagt, Mundharmonika und Klassik, das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Und dann kam er vorbei und hat dann Bach, Beethoven und alles Mögliche gespielt. Und dann war ich erst mal baff und so hat es eigentlich angefangen. So ist euer Kontakt zustande gekommen. Konstantin, du hast dich bei Benjamin gemeldet. So war es. Also wir haben uns an der Musikhochschule in Köln verpasst. Da war er dann gerade schon mit dem Studium, glaube ich, fertig. Und dann habe ich mein Jazz-Pop-Studium, so ist es dort betitelt, angefangen. Aber ich wusste irgendwie von ihm und habe ihn kontaktiert. Ja, du hast ja bei ziemlich vielen Dozenten in Köln studiert. Nils Klein habe ich gefunden, Annette von Eichel, die Jazzsängerin. Lass mich raten, du hattest aber da keinen Mundharmonika-Lehrer an der Hochschule. Ja, genau, das ist der Grund. Beziehungsweise letzten Endes so in diesem Jazz-Studiumgang oder gerade auch in Köln ist es sehr, sehr üblich, dass man bei anderen Instrumentalisten Unterricht nimmt. Also es ist vielleicht sogar fast obligatorisch, dass dann auch mal der Schlagzeuger woanders Unterricht nimmt und mit einem Bassisten arbeitet oder so. Aber für mich lief das halt die ganze Zeit in dem Bachelor-Studium so, weil natürlich kein Mundharmonika-Lehrer dort am Start war. Also die Gelegenheit und Möglichkeit hatte ich dann erst, als ich nach Hamburg für meinen Master gezogen bin. Und dort durfte ich dann Online-Unterricht erhalten von dem Mundharmonika-Pionier im Jazz und in der Klasse. Howard Levy ist das aus Chicago. Und da hatte ich dann zwei Jahre Unterricht, durfte ihn zwischendurch einmal einfliegen und dann haben wir ein gemeinsames Konzert gespielt. Und er hat einen Workshop an der Hochschule gegeben und alle anderen Instrumentalisten unterrichtet. Das war was ganz Besonderes, ja. Aber war das dann wirklich so, dass du an der Kölner Musikhochschule gar keinen Hauptfachlehrer hattest? Also und dann einfach immer mal dir da eine Stunde geholt hast und dort eine Stunde? So ein bisschen. Beziehungsweise auf dem Papier war es dann so, dass ich Jazz-Pianist war, weil das war so mein Wunsch beim Einstieg nach dem Vorspiel, dass ich bei einem Pianisten Unterricht bekomme, weil mir das irgendwie sehr, sehr hilft bei der Visualisation. Und wir haben ja gesagt, Mundharmonika ist eigentlich so ein sehr unsichtbares Instrument. Das heißt, das hat immer sehr geholfen, einfach das zu sehen, die Klaviatur und dann gleichzeitig natürlich auch einfach wahrscheinlich die einfachste Variante dann im Unterricht gemeinsam zu spielen. Und da habe ich dann viel mit dem Hendrik Soll zusammengearbeitet, ja. Aber du konntest dann einen Abschluss mit Mundharmonika machen oder musstest du formal dann wirklich auch hier drei Jazz-Standards auf dem Klavier spielen? Ja, das waren dann nur so bürokratische Sachen. Ich glaube dann im Verlauf meiner vier Jahre an der Hochschule war es dann möglich, das zu switchen, dass dann wirklich auch auf dem Zeugnis Mundharmonika steht und nicht Klavier. Das ist erstaunlich. Dann sind also die deutschen Musikhochschulen doch nicht so rigide und bürokratisch, wie man denen gerne unterstellt. Da waren zum Glück einige sehr offen dafür, ja. Oder es öffnet sich auch immer weiter, glaube ich. Aber damals war es schon so, dass Schulen, wovon ich jetzt weiß, dass vielleicht mal Mundharmonika-Spieler da am Start sind, dass sie noch gesagt haben, okay, du brauchst auch gar nicht vorspielen, weil selbst wenn du super spielst, wir wissen nicht, wie wir dich unterbringen können und versorgen können. Gibt es denn generell in Europa irgendwo eine Musikhochschule, die wirklich Mundharmonika als Instrument anbietet? So weit ich weiß nicht. Also auch in den Niederlanden, die ja sonst da gerne mal so progressiv unterwegs sind, auch nicht zum Beispiel. Ja, da hat vielleicht mal eine Handvoll Leute studiert oder es gibt vielleicht den einen oder anderen Spieler, die vielleicht mal ein oder zwei Schüler haben. Hier in Berlin gibt es zwei, die am Jazz-Institut waren, aber meistens dann auch auf der chromatischen Mundharmonika. Sonst ist es super, super selten. Und auch selbst in der Musikschule gibt es das ja eigentlich nicht. Erst zuletzt hat jetzt ein guter Freund von mir hier in Berlin die Harmonika School Berlin gegründet und da werden so wichtige Schritte gerade gemacht und gegangen. Dass man denkt, okay, gut, also als hochschulfähig wird das Instrument dann nicht angesehen, weil es zu sehr als Lagerfeuer-Amateur-Instrument immer noch abgestempelt ist. Aber an Musikschulen könnte man sich es ja dann vorstellen. Aber auch da gibt es kaum Lehrer. Kommt noch. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen in Arbeit und auch in Trossing, da wo Röja Hohner, der größte Mundharmonika-Hersteller, ansässig ist, am Konservatorium kann man natürlich schon Mundharmonika als Nebenfach benutzen. Die sind auf dem Weg, dass man das auch als Hauptfach dann spielen kann. Ja, gute Entwicklung. Wie ist das denn bei euren Konzerten? Also spielt ihr grundsätzlich gemischte Programme oder macht ihr auch reine Jazz-Konzerte oder reine Klassik-Konzerte? Also meistens spielen wir einfach unser Programm von Bach bis Do-Bandolim quasi. Aber es gibt auch Anfragen, wo wir dann nur Jazz spielen. Aber ja, wir haben ja auch beide halt viel Jazz gespielt. Das ist dann auch easy. Beim Klassik-Programm machen wir es aber dann trotzdem eigentlich so, dass wir unser Programm einfach durchziehen. Und das geht dann auch. Also es gab nie irgendwie ein rein klassisches Programm. Nur Bach und nur Bartok. Und was habt ihr da für ein Publikum? Also ist das auch überdurchschnittlich jung oder kommen dann da auch so Blues-Harp-Veteranen, die irgendwie von ihren Lieblingskonzerten von Toots Thielemans in den späten 70ern erzählen? Jetzt von meiner Perspektive aus ist es meistens ein klassisches Publikum. Es sind dann immer ein paar Leute, die auch Mundharmonika spielen im Publikum. Die sind dann ein bisschen jünger. Aber das klassische Publikum ist ja natürlich schon irgendwie durchschnittlich ein bisschen älter. Also das ist, was mir so aufgefallen ist. Ja gut, also die Mundharmonika ist jetzt vielleicht ja auch nicht das Instrument irgendwie, was bei Teenagern oder Studenten in der aktuellen Generation jetzt so breit verbreitet ist. Man verbindet es ja mit einer gewissen Jazz- oder Blues-Tradition, die ja wahrscheinlich eher so in den 60er, 70er Jahren, wenn nicht sogar noch davor, ihre Hochzeit hatte. Klar, also damals diese TV-Show, das war eigentlich so ein Zufall, dass ich es gesehen habe. Und da hat ja auch so eine kleine Welle ausgelöst. Aber viele Spieler oder viele junge, begeisterte Menschen, die es gesehen haben, die haben dann das Ganze nicht so lange durchgezogen und weiter betrieben. Und wenn ich überlege, jetzt vielleicht auch so im deutschen Fernsehen, das war vielleicht das letzte Mal, dass die Mundharmonika dort für viele Menschen zu sehen war und vor fünf Jahren, als wir den Opus Classic erhalten haben. Das ist dann doch eben noch was Exotisches. Dann kommen wir doch mal zu eurem aktuellen Album. Das dreht sich ja um die Bearbeitung von Weihnachtsliedern, verjazzte Bearbeitung von Weihnachtsliedern. Und da steht ihr ja auch in einer gewissen Tradition. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Jazz-Alben, die sich um jazzige Arrangements von bekannten Weihnachtsliedern drehen. Wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen? Und was waren so die Aspekte für die Stückauswahl? Ja, also wir waren vor drei Jahren in Dubai bei der Expo, haben wir gespielt. Und das war zur Weihnachtszeit im Dezember. Und ja, wir haben natürlich dann ein paar Weihnachtslieder eingebaut. War nicht nur ein weihnachtliches Programm, aber da ist diese Idee zum ersten Mal quasi aufgepoppt und gedacht, eigentlich ein Weihnachtsalbum wäre eigentlich auch nicht schlecht. Und dadurch, dass wir halt in Dubai waren zu der Weihnachtszeit, hat Weihnachten nochmal irgendwie ein ganz anderes Feeling. Ich war auch schon mal irgendwie in Australien oder in Neuseeland zu der Zeit und da ist es natürlich Sommer. Ja, und deswegen sind auch viele Arrangements so, die beleuchten vielleicht so ein paar Lieder von der anderen Seite, also so ein bisschen von der tropischen Seite, so ein bisschen Cha-Cha-Cha-mäßig. Also wir haben halt versucht, nicht normale Arrangements zu schreiben, sondern wirklich irgendwie was Neues zu finden in jedem Stück. Also nicht gerade so die Feierlichkeit grundsätzlich, wie man sie in einer protestantischen Kirche. Ja, genau. Im 11. Jahrhundert. Genau, einfach von verschiedenen Seiten haben wir versucht, Sachen zu beleuchten. Ja, da sind jetzt ein paar sehr bekannte Sachen dabei, wie zum Beispiel Stille Nacht oder Otanbaum, Jingle Bells, aber es sind auch ein paar weniger bekannte. Wie kam es da zu dieser Auswahl? Ich glaube, das war von Anfang an erstmal so ein großer Pool an Stücken und wir haben viele Stücke einfach erstmal so angefangen zu spielen, aus dem Nichts heraus oder falls es mal ein Stück war, was wir nicht kannten, haben wir erstmal irgendwie so auf YouTube das Original abgespielt und ein bisschen gecheckt. Es war nie so, dass wir jetzt angefangen haben, direkt Noten zu notieren oder so. Es war eher so, dass sich das dann wirklich immer so mit den Proben entwickelt hat. Und der Entschluss, dann die CD aufzunehmen, war gar nicht mal so vorzeitig. Also wir hatten gar nicht mehr so viel Zeit, aber wir hatten diesen Studiotermin gebucht und haben geschaut, dass wir uns dann in den wenigen Monaten davor möglichst häufig genug treffen, um da so das Kernrepertoire zu finden. Und das hat sich bis kurz vor der Aufnahme eigentlich immer weiterentwickelt und verändert oder auch stilistisch haben wir nochmal Sachen komplett umgeworfen. Und so ist dann irgendwie diese Kombination aus all diesen Stilistiken, glaube ich, entstanden, die dann eh in unseren Konzerten zu hören sind, aber halt einfach auf das Thema Weihnachten bezogen. Also es war wirklich so, wir hatten sechs Monate, wo wir uns dann immer monatlich einmal, zweimal getroffen haben. Ich wohne ja in Essen, er wohnt in Hamburg und dann bin ich manchmal rübergegangen, haben wir einen Tag einfach gespielt und haben uns dann immer Notizen gemacht und Aufnahmen gemacht mit dem Handy, dass wir das anhören können und dann beim nächsten Mal irgendwie da weitermachen können. Es gab auch Situationen, wo wir dann Arrangements quasi wieder wirklich komplett von Null anfangen mussten, weil wir es vergessen haben und weil wir vergessen hatten, eine Aufnahme zu machen. Also es ist wirklich ein total natürlicher Prozess gewesen und haben dann halt nach und nach ein paar Sachen rausgeworfen. Wir haben zum Beispiel erst auch geplant, vielleicht ein bisschen mehr Bach reinzunehmen, weil wir irgendwie an unser erstes Album anknüpfen wollten, das halt auch ein bisschen Klassik dabei ist. Und dann haben wir aber gefühlsmäßig gesagt, ja, irgendwie passt das jetzt stilistisch nicht mehr so rein, wir haben jetzt irgendwie eine eigene Vibe, eine eigene Sprache irgendwie gefunden und die wollen wir jetzt beibehalten. Und das war dann eigentlich, das war eigentlich sehr, sehr rund. Ja, also ihr spielt jetzt klassische Werke, ihr spielt Jazziges. Konstantin, wenn ich das richtig gelesen habe, beschäftigst du dich aber auch mit Hip-Hop und so und elektronischer Musik so ein bisschen? So, es gibt ja so zwei Wege, die viele Leute dann so einschlagen nach so einem Jazzstudium oder in so einem Master und viele gehen dann diesen Kompositions- oder Arrangement-Weg, also für Big Band schreiben oder für Orchester. Und ich habe dann aber in Hamburg so als Schwerpunkt Musikproduktion gewählt und dadurch, ja, ist es so ein bisschen bedingt, dass ich da so eingetaucht bin und für manche Pop-Leute so ein bisschen mixe und so Afro-Beat-Musik total liebe, ja. Könntet ihr euch denn auch vorstellen, Arrangements in der Richtung mal zu spielen? Irgendwas, was mehr in den Bereichen Hip-Hop und Pop geht? Auf jeden Fall. Mit Unterstützung von Elektronik, von weiteren Musikern oder so. Das ist irgendwie das Tolle, dass, weiß nicht, das ist manchmal auf der Autofahrt halt so. Nach den Konzerten habe ich eigentlich keine Lust mehr Musik zu hören, aber eher total. Und dann sitzen wir im Auto und er sagt, komm, wir hören mal das. Weiß nicht, ob mir das gefällt, dann hört es mir an. Dann ist es eigentlich wirklich cool und so in irgendeine Richtung, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann umgekehrt auch, ja, ich weiß nicht, ich spiele ihm Jazz-Aufnahmen vor, obwohl er eigentlich keinen Jazz mag. Er hat das hingesagt. Genau, nee, aber so tauscht man sich halt immer aus und er findet einen neuen Künstler. Ich bin einen neuen Künstler und dann geht das halt, es geht halt immer weiter. Das Suchen geht halt immer weiter und deswegen ist eigentlich in diesem Duo schon auch alles möglich, weil wir beide sehr offen sind und jetzt nicht direkt Sachen abstempeln als schlecht oder das ist jetzt zu sehr U oder es geht jetzt in eine zu verrückte Richtung. Also wir sind einfach offen für vieles. Auch so bei der Cha-Cha-Cha-Nummer haben wir dann nochmal so gezielt so Cha-Cha-Cha-Stücke ausgecheckt. Wir wollen das natürlich irgendwie authentisch machen und irgendwie auch so fühlen und das sind immer wieder so Situationen und gerade was irgendwie so rhythmisch auf anderen Kontinenten und so passiert, ich glaube, das inspiriert uns total. Und jetzt gerade erst Ende letzter Woche haben wir ein Konzert mit Orchester gespielt, wo wir zwei brandneue Orchesterwerke gespielt haben, auch eins von Benjamin selbst. Dieser weltmusikalische Ansatz spielt da auch so total eine große Rolle. Vergibt ihr auch Aufträge an Komponisten? Genau so ist es, ja. Also jetzt Zufall, das war jetzt Benjamins erstes Werk für Orchester und gleichzeitig sind aber noch zwei zusätzliche Werke entstanden für Monta Monika Klavier plus Orchester und die eine Komposition hat Wolf Kershek aus Hamburg geschrieben, der dort die Jazzabteilung leitet und auch wirklich so ein weltmusikalisches Genie so ein bisschen ist. Und das hört man total in der Komposition und da haben wir Freiheiten und können improvisieren auch zum Teil. Also da wird so dieses klassische Bild, auch in dem so ein Orchester erscheint, ganz schön aufgebrochen, was vielen Leuten auch dann total gefällt im Publikum. Und ja, eine dritte Komposition, die wartet noch auf ihre Uraufführung vom Grammy-Gewinner Ellen Broadbent, die für eine noch größere Besetzung angelegt ist. Und wir hatten auch vorher, vor diesem Orchesterprojekt, hatten wir ein weiteres Projekt, wo wir wirklich Aufträge vergeben haben an verschiedene Leute. Da sind bestimmt zehn, zwölf Kompositionen entstanden und wir haben das deswegen gemacht, weil es überhaupt kein Repertoire für diese Besetzung eigentlich gibt. Als Pianist kennt man natürlich, hat man natürlich sauviel, Edorufen, Bach, Schopper, List. Und für diese Besetzung gibt es nichts, also nichts Originales. Und das war halt unser Ziel. Es ist natürlich viel auch Modernes entstanden, aber auch wirklich ganz schöne, ja, so weltmusikalische Kompositionen. Das war echt ein tolles Projekt auch. Ja, ja, da besetzt ihr natürlich eine Nische, die bisher überhaupt nicht ausgefüllt ist. Genau. Und das ist auch unser Ziel, das irgendwann auch noch fertigzustellen. Also eine CD mit nur neun Stücken für Harmonika und Klavier. Ja, Konstantin, stell dir vor, du könntest einen historischen Musiker auf einen Kaffee oder ein Bier treffen. Wen würdest du am liebsten mal treffen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Und worauf ich mich auf jeden Fall einigen könnte, wäre Ryuichi Sakamoto, der leider erst vor kurzem verstorben ist. Und das ist ja sogar der Song, der jetzt als erstes erschienen ist. Merry Christmas, Mr. Rolls, die Komposition von ihm als Auskopplung aus dem Album. So, das ist auf jeden Fall eine große Inspiration auch so in dem Bereich. Und er hat sogar damals dann richtig angefangen mit der elektronischen Musikszene auch in Los Angeles zusammenzuarbeiten. Und da, das war eigentlich so der Ort oder die Musik, die von dort kam, die mich wirklich dann so für alle Stilistiken geöffnet hat. Und da war es damals so, dass es einen, da gibt es einen Produzenten, der heißt Flying Lotus, der mich auch inspiriert hat, angefangen anzufangen mit Musikproduktion. Und der hat viel mit Jazzmusikern zusammengearbeitet. Und seine Tante oder Großtante ist Alice Coltrane. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ah, okay. Also da kommen irgendwie so die ganzen Einflüsse zusammen. Und derjenige, der seine Streicher arrangiert, hat für uns auch eine Duo-Komposition geschrieben. Und damals gab es einen super starken Pianisten, der mit ihm gespielt hat, der ganz jung verstorben ist, Austin Peralta. Das waren so Inspirationen dann auf YouTube. Er hat damals mit Thundercat gespielt. Damals kannte den noch keiner. Und aktuell findet den jeder hip in der Jazz-Szene. Ja, das ist schon viele Jahre her, dass ich da so die Entdeckung gemacht habe. Und das hat mich geöffnet für elektronische Musik, die ich vorher so ein bisschen herabgewertet habe vielleicht sogar. Also völlig zu Unrecht. Aber so war es, ja. Benjamin, mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Mit Bach würde ich mich gerne treffen. Ich würde einfach gerne wissen, wie der so getickt hat und wie er das überhaupt geschafft hat, einfach so viel zu schreiben. Und mich würde auch interessieren, wie er improvisiert zum Beispiel. Und dann im Jazz wäre es, ja, so Leute wie Coltrane und Bill Evans würde ich auch gerne treffen. Einfach auch, einfach zu wissen, wie die funktionieren. Und auch über Musik zu reden, über Einflüsse und so. Also was hat die inspiriert, was hat die angetrieben? Ja, spannend. Was macht ihr denn, wenn ihr euch mal nicht mit Musik beschäftigt? Oh, was machen wir ohne Musik? Also viel Sport, das finde ich gut. Okay. Und wir machen auch gerne mal gemeinsam Sport, wenn wir unterwegs sind oder gehen laufen oder so. Heute Morgen habe ich einfach eine Thai-Box-Klasse hier gebucht in Berlin. Also wenn ich mal unterwegs bin, dann schaue ich, ob es irgendwie ein Box-Gym gibt und dann gehe ich da hin. Und meistens trifft man dort wie in der Musik irgendwie total nette Leute. Also ich muss auch sagen, dass bevor ich Konstantin kennengelernt habe, habe ich echt fast keinen Sport gemacht. Und irgendwie seit ein paar Jahren, vier Jahren, also in der Corona-Zeit, habe ich dann angefangen zu laufen. Und ja, jetzt irgendwie tauschen wir uns aus und er gibt mir Tipps, vor allem, weil ich eigentlich nicht so viel Ahnung habe. Aber das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Faktor, auch Sport. Da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, auch für den Fokus und für ganz andere Faktoren in der Musik. Das gibt auch viele Ähnlichkeiten. Und ich habe auch angefangen mit Meditationen, das waren, ich meine, die Umstände waren natürlich Corona und man konnte nicht raus. Und das hat damit angefangen, aber auch solche Sachen, Meditationen, sich so mit dem Körper zu beschäftigen und auch mit dem Geist, das ist echt auch, also für mich tut das auf jeden Fall viel. Konstantin, was sind eure nächsten Projekte, sowohl aufnahmetechnisch als auch jetzt fürs Konzert? Also wir haben natürlich total Bock auf die Weihnachts-CD und schauen, dass wir noch so ein paar Weihnachtskonzerte jetzt auch dieses Jahr spielen, obwohl wir diesen Entschluss, die CD aufzunehmen, so kurzfristig gefasst haben. Dann steht eigentlich noch die Veröffentlichung an dieser Orchesterwerke, die wir bereits schon mal aufgenommen haben. Vielleicht nehmen wir sie nochmal auf, aber die werden auf jeden Fall erscheinen. Und gerade diese Komposition von Ellen Broadbent, die wartet halt eben sowieso noch auf ihre Uraufführung. Und das ist nochmal so ein ganz, ganz besonderes Stück. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auch schon ganz bald Lust haben, ein nächstes Duo-Album aufzunehmen, wo wir vielleicht wieder so ein Thema finden, was jetzt nicht Weihnachten sein muss, aber... Es gibt ja noch Ostern, wo wir auch so ein bisschen weltenmusikalisch einfach mit den Einflüssen denken. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück für eure kommenden Projekte und bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Danke. Das war der RONDO-Podcast mit Konstantin Reinfeld und Benjamin Nuss. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns natürlich, wenn ihr ein Like da lasst oder auch den Podcast abonniert. Besten Dank fürs Zuhören. Notenköpfe ist ein Podcast von RONDO, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Golz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Musik Markus Zierhofer. Musik Markus Zierhofer.